So Leute, nachdem wir im letzten Video den Drachen einmal getötet haben, bzw. einen Halbdrachen getötet haben und ein bisschen gelootet am Strand, werden wir jetzt mit der Queversekunde den Tiefseeschrein weitermachen. Ich habe ursprünglich gedacht, das kann ich euch mal zeigen, dass wir vom Strand zum Tiefseeschrein kommen, aber nee, das stimmt nicht. Ich habe es jetzt herausgefunden, wir müssen hier wieder nach Haft oder Hafe, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ob es wieder begäse und anschließend müssen wir hier wieder in diese Höhle, die wir einmal freigeschaltet hatten, kennt ihr ja? Die Höhle heißt eine Sekunde, werden wir gleich sehen. Wird nicht angezeigt, okay, werden wir aber gleich, wenn wir hier, ah, Höhle der Sturmwände, wir müssen hier rein und von hier kommt man zum Tiefseeschrein. Gut zu know. Hier sind ganz viele Echsen, by the way, wenn ihr euch erinnern könnt. Und es gibt hier einen Weg, wir haben ja schon das freigeschaltet gehabt, wir müssen einfach weiterlaufen. Oh, da ist eine Truhe. Guck mich da hin. Von der anderen Seite wahrscheinlich, ja. Das, die Truhe habe ich gar nicht gesehen gehabt davor. Interessant. Naja, laufen wir mal weiter. Ich finde, wir müssen ein bisschen easy sein. Wirkliche nehme ich gerne mit, was zum Heim. Alles andere lasse ich da. Ich bin nicht zum Looten da. Aber die Erfahrungspunkte nehme ich gerne mit. Ey, eine Sekunde. Diese Truhe, die möchte ich haben. Habe ich anscheinend davor nicht gesehen gehabt. Müssen wir einmal hier rum. Bis du aufstehst, bist du tot. Das ist meine Magie, die du in einem menschlichen Mönch. Hallo. Und ciao. Boah, das sind echt viele Gegner hier gerade. Du bist der erste. Oh. Aber. Du reust ja, dass es nicht einfach weitergelaufen wird. Echt wie die Gegner. Noch einer. Aber dafür gibt es viele Erfahrungspunkte. Da war noch nicht vergessen. So, Willi Potter ist wieder runtergefallen. Das ist typisch für sie. Das macht sie öfter. Und tschau. Oh, ein starker. Panzerung. So, da habe ich eine Bombe für dich. Eine Sekunde. Probieren wir jetzt mal, ob es funktioniert. Da muss ich aber wieder herkommen. Obwohl. Ah, jawohl. Läuft schon gut. Geile, geile Attacke. Gut, dass wir die gelernt haben. Hey. Ich will diese Tour haben. Eine Sekunde. Ich glaube, da muss ich einmal hier wieder zurück. So, hier oben durch. Wie auch immer. Ich glaube, das kommt dann später, oder? Hier sehe ich keinen Durchgang. Hm. Warte. Ne, wir sind ja von hier gekommen. Ich muss doch hier durch. Okay, das war schon richtig gewesen. Hier. Wollen wir nochmal? Ja. Wieso ich die Tour davor nicht gesehen habe. Oh mein Gott. Geht durch. Ne, wir sind falsch gelaufen. Doch hier. Aber das ist eine andere Ecke. Die Tour ist nicht hier. Sind wir falsch gelaufen? Ja, wir sind falsch gelaufen. Wir haben es zurück. Wieder zurück. Wieder zurück. Nein. Die Map irritiert mich manchmal, weil sie sich auch dreht. Die darf sich nicht drehen. Okay, schnell weg. Wir müssen hier durch. Hier rechts. Oh mein Gott. Jetzt haben wir einen richtigen Weg. Oh mein Gott. Der ist giftig. Muss man aufpassen. Der ist giftig. Irgendwie nicht schnell. Oh, Stufe 21 schon. Ah, ich habe das schon geloatet. Oh mein Gott. Man hat es halt nicht gesehen. So eine Zeitverschwendung. Weil ich habe ja gesehen, dass die Map auf ist. Aber irgendwie. Oh nein. Der verfolgt uns. Egal. Egal. Warte, der ist so viel Zeit vergeudet. Müssen wir jetzt weiterlaufen. Zack, zack, zack. Hier unten durch. Mal kurz auf die Map schauen. Jetzt müsste es ein bisschen anders aussehen als davor, oder? So, da sind wir. Die Steindinger ignorieren wir. Die sind zu stark. Haben Bock jetzt mit Bomben rumzumachen. Hier runter. Und einfach rein. Äh, ne. Hier nicht. Eine Sekunde. Kommt zu mir. Wie ihr stirbt, Alter. Ich lasse da aus. Ich sehe, Schrein. Da sind wir. Kommt her. Oh mein Gott. Was ist das Ding? Hier sind genug Gegner zu bekämpfen. Wir haben ein Material gefunden. Da ist die Quitter. Ich bin sicher, dass wir einen Grund dafür finden. In der Zeit. Hey. Jetzt schauen wir uns das Ding mal an. Wir sind von da runter gekommen. Da gibt es noch einen Weg. Hier geht es wieder hoch. Okay, wir müssen uns richtig umschauen. Ich weiß nämlich nicht, was uns hier erwartet. Komm ich nicht durch. Das ist wahrscheinlich dann später. Eine Abkürzung. Ja, sehr wahrscheinlich. Okay, let's go. Endlich wieder mal ein Schrein. Schon die erste Truhe. Was ist das? Wunderelexier. Oh mein Gott. Kämpfen wir? Was ist das? Das sieht aus wie ein Rippstein. Aber irgendwie vergiftet. Ach so, das ist ein Thron. Ein Phantom. Boom. Leute, ich brauche Hilfe direkt. Und du suchst nicht meine Todes? Hm, dann bist du nicht... Ich bin Rothars, Finder des Königreichs von Furman. Und du erscheint, dass du ein Räsen bist. Sag mir, deine Räsen, das Geheimnis des Gottesbefüßers. Gottes Weg. Hm. Speak you of those trinkets conjured by the even from these depths I have beheld the batards a baleful, maddening act to transmute the fractured souls have arisen into such frivolous I, that which you seek so that rarely will you find one intact for splinters are all the remain of those pit. The flesh may rot, the soul fragment, and it would seem the Batali seek to augment this power through their perverted arts. Yet tis folly, the frolicking of children. I know little of your intent, but I sense in you a powerful will. I shall grant you this blade. Oh. It's true is the soul of an arisen. Alas, the ages have taken their toll. Tis as withered as my own flesh. If that is what you seek, arisen, then go on to their stronghold. Alla. Neu kling or what? But hoffentlich können wir die auch benutzen. Nicht, dass dein, äh, Zweihände oder so ist. Ja, war so klar. Wow. Was bist du? Der Ausgang 15.000 Gold stumpfe Götterbandklinge und irgendwas anderes noch erhalten. Abgeschlossen Annäherung. Äh, man kann da wieder raus. Sag mir hier noch so. So. Eine Sekunde, schauen wir uns mal kurz um, bevor wir weitergehen. Gibt es hier was vielleicht? gibt es hier einen Weg nach oben? Okay, gibt es nichts. Bleibt mir gerade, oh, hier ist was. Wildeinzextrakt. Habe ich nicht. Ich bin dann besser wie du. Reisestein, nice. Nehme ich immer gerne. Siehst du hier? das? Worte. Was? Oh, wow. Aufzug? Ja. Also, klar. Wir haben zwei Gefährten und einen verloren. Ist ein Zwischenweg, was ich mir eigentlich anschauen soll, aber egal. Na, wie kommt ihr jetzt hoch, die Trottel? Noch weiter. Oha. Was geht jetzt? Komplett hoch. Bitte nicht kämpfen. Meine Vasallen sind unten. Kann ich wieder wieder runter? Ne. Das Ding ist jetzt kaputt. Meine Vasallen sind unten geblieben. Scheiße. Kommen auch nicht mehr hoch, ne? Wobei mit denen. mehr Wege. So. Silberkrone. Wow. Deckmannshemd. Sieht aus wie ein Kerker. Bitte was wertvolles. Arbeiterhosen. Das ist aber nicht wertvoll. Warte, ich hab doch hier Schlüssel. Kerker-Schlüssel. Die kann man überall verwenden. Rollige Hartknalle. Ring des Überflusses. Von machterfüllter Ring erhöht etwas, das magst du der Gewicht einmal auslösen, dass der Träger stemmen kann. Diesen Ring habe ich schon mehrmals erhalten. Tatsächlich. frischige Kerker-Schlüssel. Ja, wir hatten schon Kerker-Schlüssel gehabt. Geht es glaube ich raus, oder? Geht es glaube ich raus. Unten hatten wir aber noch einen Ort gehabt. Lass uns mal unten schauen. Oh, die sind wieder erschienen. Keine Ahnung, wie die es geschafft haben, aber da sind die wieder. Unten gab es noch einen Weg, bevor wir rausgehen. Schauen wir uns das unten nochmal an. Dann looten wir wenigstens hier ein bisschen. Ich glaube, draußen müssen wir kämpfen. Wir haben den Drachen nicht umsonst gezeigt, den Drachen aus Stein. Können wir das hier kaputt machen? Ne. Jawohl. Mantel des Magus. Wow. Was ist das? Ein Mantel gewebt aus einem Magie. Sehen Sie befanden, in eine Richtung genäht, fördert den Magiefluss in vermindert geistige Schöpfung. Das kann ich ja ihr geben. Ja, nicht. Ah, du brauchst die andere Fähigkeit, okay. Ich stehe. Aber kann trotzdem bei dir bleiben. Kannst du auch haben. Was machen hier Skelette? Ich habe das bisschen Geister erwartet, aber hier sind Skelette auch am erschienen. Okay. wieder hoch. Also ich glaube, wir werden kämpfen. So ein Gefühl. So ein Gefühl. Wie lange nehmen wir auf? 16 Minuten? Das ist doch nichts. Können wir doch schön kämpfen hier. Eine Tür von Sturdym machen. Es wird unmöglich ohne die Schlüssel. Wir müssen die Schlüssel finden. Was? Obwohl wir das schon erledigt haben. Das geht auch manchmal. Okay, wir sind draußen, Leute. weiter. Ich hörni mal. Äh. Jetzt. Jetzt. Ich verraschen. Ah, da hinten geht's noch weiter. Okay. Braucht was sein. Wir sind wie hier raus. Vielleicht kann man so ein bisschen laufen. Nee. Die Laken kommen sofort. Ja, so ist das auch gut. Sieh was? No. Boah, da sind so viele Wege. Ich hasse es. Weil ich muss mir alles anschauen. Ich muss mir alles ganz genau anschauen. Ich will keine Schätze verlieren. Da ist eine Tür. Lazarus-Steinsplitter. Nice. Geht es da geradeaus weiter? Guckt man am anderen Ende des Tooms raus. Hier ist noch eine Tür. Gewand des Sternkuckers. Sternkucker. Kleidung die für optimalen Magie Fussor. Jede Komponente so platziert, dass sie die Energie des Trägers über diese nackte Haut leitet. Das können wir aber der Süßen geben, damit nicht mal was 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 Neues hat. Das kannst du anziehen. Oh mein Gott. Auslisten. Zack. Jetzt sieht es doch viel besser aus, oder? Wo bist du? Jawohl. Schau dir das immer an. Sexy. Hat sich gelohnt. Wir werden das Ding komplett looten, Leute. Alle Geheimnisse finden. Weil das gehört sich auch so. Das sind bestimmte nice Sachen. Ich bin mal gespannt, ob ich auch eine Auslüftung für mich finden werde. Wir haben jetzt zweimal Magie erhalten. Jetzt sind mehrere Wege, Leute. Nehmen wir mal hier durch. Oh. mit Springen auch noch. Die wollen es wissen. Besuchermedaillon gibt es bestimmt auch hier. Oh mein Gott. runtergefallen? Alle Lecks hier. Nice. Kann ich hier durchs Fenster reinspringen? Jawohl. Schön tricksten. Aber von hier sind wir doch gekommen, oder? Ja. War nichts mit tricksten. Das sind wir nicht. Das ist die obere Seite. Eine Sekunde. Vielleicht gibt es hier was? Oh! Oh, ist uner Fall. Hä? Wo hast du hier einen Umhang gefunden? Ah, hier. Ich hasse es, wenn die irgendwelche Sachen aufmachen. Aus feinem Pelz und gewiebten Stoff gefägt. Er ist so rekadent bekämpft, dass er dem Tegel ein Gefühl von Kühnert und Er Harbenheit vermittelt. Geben wir das mal mir. Das können wir eigentlich Willi Potter geben, damit Willi Potter auch mal einen Umhang hat. Sieht doch gut aus, oder? Zack, let's go. Wo siehst du? Jawohl. Anschein gab es hier auch eine Truh, Leute, hat sich gelohnt. Ich habe es nicht gesehen, weil ich so schnell vorbeigelaufen bin. Ich hasse es aber, wenn die Truhen aufmachen. Ich muss Truhen aufmachen, nicht die. Ich bin ja drauf aufmerksam machen, aber dann ist es auch fertig. Wo gibt es hier nichts mehr? Und wie geht es dann weiter? Soll ich einfach zurück, oder was? Also kein Kampf. Ich will gerne rüberspringen. Gucken wir mal nichts. Ich habe echtes Gefühl gehabt, dass wir kämpfen müssen. Und die zweite Sache ist, die wurden hier hoch gebracht. Eigentlich müsste es hier auf jeden Fall irgendwo einen Weg geben. Oh, Alter. Ihr seid bescheuert. Alter. Leg mich am Arsch. Ich bring die einmal runter mit Totteln, Alter. Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas fehlt mir. wie heißt die Quest überhaupt? Äh. Klinge Ambrus ist die stumpfe Götterbank. Klinge die rota ist die überlassen. Okay. Wir können also von hier weg. Hier ist nichts mehr zu tun. Aber ich möchte trotzdem umschauen. Nochmal sicherheitsalber. Hier vielleicht. nicht ins Wasser fahren, Leute. Oh. Was machst du? Der Charakter. Guck mal, hier geht's raus. Durchsand. So, hier ist noch was. Mindestens eine Sucher Medaillon. So typisch dafür. Lass mal rüber gehen. Und dann können wir vorne Reisestein verwenden. Hier muss es was geben, enttäuscht mich nicht. Hier muss es was geben. Rass du sonst aus, ehrlich. Wenn es hier nichts gibt, dann gibt es Ärger. Muss es aber was geben. Wieso könnte man zurück tatsächlich? Aber es gibt hier nichts. Wow. Man kann hier aber zurück. Schaut euch das an. Wir haben es extra so gemacht. Wow. So, wohin sollen wir? Wo bist du? Du bist doch hier irgendwo. Ja, du bist da in der Stadt, gell? Gut. Dann, ähm, wie lange nehmen wir auf? Das können wir noch machen. Das können wir noch machen. Du für eine coole Sau. 31 bis 7 Zyklopien. Ja, ich nehme mit. Oh, der eine ist sogar gestorben. Deswegen ist gut, dass wir dich mitgenommen haben. Ich habe gar nicht bemerkt, was er weg ist. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass ich da nichts gefunden habe. Also, ich habe schon viel gefunden, aber irgendwie auch nicht. Ich hätte gern was für meinen Charakter gehabt. Oh, falsch gelaufen. Irgendwie, keine Ahnung. Auch wenn es keine Klinge war, so eine Hose oder so, wäre schon nice. Weil ich glaube, die Hose ist das einzige, was ich noch nicht aktuell habe. Alles andere sagt, aktuell, ähm, Klingen, Rüstung, Helm, Mantel, aber die Hose nicht. Ich habe kein Geld mehr gehabt, deswegen habe ich da nichts mehr gekauft. Eieiei, kannst du mal endlich deinen Ausdauer laden? So viel haben wir auch nicht dabei. Vielleicht sind wir gut zerrenkende Stadt, dann gibt es kein Ausdauer Problem mehr. Müssen aber auf jeden Fall mal zum Lager und Sachen ablegen, wo wir weitermachen, sonst stresst es hier noch. So, da sind wir. Komme ich am schnellsten zu dir? Wie bist du überhaupt? Ah, da unten, okay. Man auch dahin, oder? Nee, bin ich noch gar nicht dahin gelaufen, glaube ich. Wann wir mal? Nee, von hier kommt man nicht dahin. Wir müssen anders rum laufen, oder? Eine Sekunde nochmal schauen. Nee, nee, kommt man nicht dahin. Glaube ich weiß aber nicht, ehrlich gesagt. Mit dem Dach. Der wieder da. Aber nicht. Da kann ich schnell zum Lager noch laufen. Der ist ja direkt vor uns. Sachen ablegen und weiter dann. Ich finde es gut, dass wir im Lager unbegrenzt Platz haben und nichts irgendwie dazu kaufen müssen. Das hätte mich böse abgefuckt. wo meine Leute fehlen. Weite Hosen. Ich mag meine Leute fehlen. War zu schnell. Zu mir! Wo seid ihr? Bin bescheuert? Möchtest mal. Hallo zu mir! Ja! Manchmal na? Kommt jetzt! Ja 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 Hey das muss weg. Oh Askus zu Gegenstand nicht das und das muss weg. Was muss weg? Was hast du so? Das ist von uns gewesen du Drecksack. Wann hast du es genommen? Stavi? Das sind deine Sachen. Das ist auch für uns. Hä? Wieso hat sie das gehabt? Das sind deine Sachen. Immer schön aufpassen Leute. Wenn da eh steht, dann sind das seine Sachen. Guck mal, die Maske hat auch uns gehört gehabt. Das andere ist unsers. Okay. Gut, dann sind wir durch. Jetzt können wir laufen. Let's go. Wollen wir aber nochmal hingehen. Hier, wenn wir schon eine Apfel haben. Fuck, dass sie hier ein bisschen was herstellen. Eine Ausdauer, okay. Ungerne eigentlich, aber egal, komm. Sachen schnell herstellen. Und weiter geht's. Sonst werden die wieder schlecht. Ist der richtige Weg? Ich weiß nicht mehr, wie ich laufen soll. Ich glaube, hier lang. Oder ist der im Flammenpalast? Ich glaube, hier lang, oder? Waren wir noch gar nicht in diesem Flammenpalast? wollen wir uns mal um? Äh, sind wir richtig? Ich habe das Gefühl, wir sind falsch. Oder ist es im Flammenpalast? Wo ist der? Wo ist der Dude? Digga? Digga, du hast die Stimme, wo Götterbahnklinge, die Lothreiste überlassen hat. Muss hier sein. Schauen wir uns es mal an. Ist im Flammenpalast machen wir verandas? Ja, Haben wir auch andere Quests gehabt? Ah, da ist er. Jetzt wird es endlich angezeigt. Ja. Hallo. Hey, Beams. Weiß was, nimm ihn direkt erst mal. Alle Liegst hier, immer gut. es ist magische sein? Ich grad nicht. Oh, geh mir mit. Lazarus Steinsplitter, sehr schön. Ja, wo ist dieser Typ? Kann mir das jemand sagen? Alles mal schön looten. Wenn wir schon hier Zeit begeuden, dann looten wir auch. Müssen wir vielleicht auf die Quest warten? Müssen wir vielleicht auf die Quest warten? das ist halt die Frage, ne? Eine Sekunde, äh, Karte. Ist aber nicht hier, Leute. Ich glaub, wir müssen doch hier lang. Ist nicht hier. Wir gehen jetzt noch mal außenrum. das kann nicht sein. Entweder ist er drüben oder müssen morgens kommen. Ist das so ein Ort? Ich auf, okay. Krasse Zeitverschwendung. Sorry, Leute, aber kann auch nicht alles wissen. Was ist das für ein Ort hier? Geht wohl ganz anders hin, Ja. Wir haben vollen Umweg gemacht, by the way. Das war die Stelle, wo die Basalen transportiert wurden und wir dann erwischt, weil wir nicht als Basale durchgegangen sind. Wo wir die Quest ausstricksen mussten, damit wir weiterkommen können. Weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt. War echt nervig. Ey, wir haben so einen krassen Umweg gemacht, ne? Kann es niemandem erzählen. Jetzt müssen wir hier einmal raus. Dann gehen wir dahin, wo wir zuerst gelaufen sind. In der Hoffnung, dass es dann der richtige Weg ist. Hier lang, glaube ich. Ja. genau hier lang. An den Feldern entlang. Genau dann hier durch. Da? Ja. Genau, 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 genau. Schauen wir mal. und von Anfang an diesen Weg nehmen sollen. Wir waren ja hier gewesen, hätten wir es dann wenigstens ausschließen können. Wisst ihr, wie ich meine? Du weißt nicht, ob es der richtige Weg ist, aber wir schauen aber auf jeden Fall. Ja. Gucken wir mal. Hier geht es auch zum Flammenpalast. Ne, Forschungsabob für verbotene Magie, das hört doch gut an. Das hört sich gut an. Guck, hier ist auch die Markierung. Gibt Bock gar nicht, Alter. Diese Markierungen revieren einfach. Da ist er. so, erst mal looten, bevor wir mit ihm reden. verordnete Stille. Was ist das hier? Lazarus Stein später. Nehmen wir. Lazarus Stein erstellt. Sehr schön. Betrug. Weit. Weit. Sehr. Ach so, weit sehr. Hier. Weit sehr. Diadem. Das können wir eigentlich dir geben. Oh, du bist zu weit weg. Okay, später dann. Hallo. Ah, eine neue Hand, sind Sie? Bitte schön. God's Way, der finest of all Kre- I must make haste that I might deliver it to Lord Fa- But wait, no. I have not the Wormslife crystals to restore it. Confarn it all! Ha ha! Oh, don't be ridiculous! Do you even understand? I suppose I am in no position to decline. Lord Fa- is satisfied with the God's Way as tis, you see. And as I though I suppose t' wouldn't do to send your way in top now. As I said, Wormslife crystals can only be a all the better if it happens to be a lesser dragon. You would be ... Don't look do crystal come and come help me why we go to help me go to start and how do I well but Und im nächsten Video machen wir weiter mit der Quest. Denn wir müssen einmal zurück zum Lager die Crystalle holen und dann wieder zurückkommen. Kein Bock. Ist aber nichts mehr, glaube ich. Ist noch ein Raum. Alles was. Erinnerungen, bla bla. Geht es, glaube ich, rüber? Ne, geht es nicht rüber. Wer bist du? Hm? Was willst du? Wenn du eine Deliverie hast, schau es einfach irgendwo aus dem Weg. Das war's. Nehmen wir alles mal mit. Geht es rüber zum Flammenpalast? Kann es sein? Guck, anscheinend gab es doch eine Verbindung zum Flammenpalast. Ja, 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 ja. Jetzt schauen wir uns erstmal hier um. Boah, so viele Wege, Leute. Kannst niemand erzählen. Mehrere Stockwerke. Guck mal. Ich weiß schon, da unten ist etwas. Silberkrone. Wohin geht es zum Beispiel? Hier. Schoss wieder. Merke ähnlich. Es gibt viel Loot. Also echt viel zum Looten. Warzer Kristall. Oha. Gar nicht mal so schlechte Sachen. Licht an. Oha. Ist deutsch. Erker von Backbatter. Ich hab's doch gesagt. Die Indignität of it. Oho. Guck, wir tüten den jetzt. Ist mir egal. Ach so, scheiße. Ich hab ne Waffe in der Hand gehabt. Deswegen. Waffe weg. Den weg. Man kann doch überall rein. Oha. Was ist denn so eine Kerke, Alter? Wenn man Bock hat, kann man in den Tod springen oder was? Okay. Wir haben nur einmal diesen Schlüssel benutzen können. Crazy. Ich hätte einfach hier reingehen sollen. Hier war was Besseres. Und hier vielleicht noch einen Schlüssel. Boah. Was ist denn so eine Kerke, Alter? Die greifen uns Gott sei Dank nicht an. Und hier geht's draus. Und da haben wir einen Kreis gemacht. Ja, ja, ja. Okay, verstehe. Okay, gut. Äh, Leute, wir machen hier einen Cut. Ich glaub, da gibt es echt viel zum Luten. Aber das machen wir wann anders. Wir sind einmal durch. Im nächsten Video geht's weiter. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao.